Ich habe viel gelernt in den Sendungen, die ich bisher gemacht habe und diese Sendungen haben viele meiner Vorurteile bereinigt. Früher war ich der Meinung, jeder Alkoholiker, weg von mir, der stinkt nach Alkohol. Drogensüchtige sind selber schuld. Menschen, die unter der Straße, unter der Brücke schlafen, sind selber schuld. Ich habe gelernt, man muss etwas tiefer gehen im Denken. Man muss wissen, warum sind die Alkoholiker, warum schläft der unter der Brücke oder warum nimmt er Drogen? Vielleicht sogar ganz, ganz unschuldig. Auch das habe ich erlebt in den Sendungen, die ich gemacht habe. Und jetzt muss ich sagen, bei den Hartz-IV-Empfängern hatte ich Vorurteile. Jawohl, ich hatte Vorurteile, viele wollen nicht arbeiten und so weiter. Und da muss ich leider sagen, leider, meine Vorurteile haben sich bestätigt. Ich war vier Wochen in einer Gegend mit hauptsächlich Hartz-IV-Empfängern. Ich habe viele kennengelernt. Alle sind sympathisch, alle sind nett. Aber ich muss leider die Hartz-IV-Empfänger in drei Gruppen einteilen. Die eine Gruppe sucht Arbeit, die würde auch arbeiten, wenn sie eingestellt wird. Die andere Gruppe ist körperlich und psychisch krank und die dritte Gruppe will nicht arbeiten. Und ich muss leider sagen, die dritte Gruppe, das sind etwa 70 bis 75 Prozent. Ich war schockiert. Schockiert, die haben inzwischen ein Netzwerk. Die haben Ärzte, die sagen, wenn du dich da bewirbst, kriegst du von mir ein Zertifikat, die Arbeit kannst du nicht machen. Die gehen betrunken zum Vorstellen, damit sie nicht eingestellt werden. Die Ehrlichsten von diesen Leuten sagen zu dem neuen Arbeitgeber, gib mir einen kleinen Stempel, ich will hier nicht anfangen. Andere sagen, acht Uhr aufstehen ist zu früh für mich. Ich drehe hier durch. Das kann es nicht sein. Ich bin dafür. Jeder gesunde Mensch in Deutschland hat das Recht auf Arbeit. Aber jeder gesunde Mensch hat auch die Pflicht auf Arbeit, bevor er sich vom Staat ernähren will. Und es gibt so viele wichtige Dinge. Soziale Einrichtungen, Krankenhäuser, Altenheime, Gärten, Schwimmbäder und so weiter. Da kann man doch die Leute einsetzen. Mensch Leute, lasst euch doch nicht nur, wenn möglich, vom Staat ernähren. Habt Respekt, seht euch in den Spiegel, arbeitet, reißt euch ein Hint auf. Wir alle müssen arbeiten. Sogar der eins. Und ich tue es gerne. Also habt Spaß dabei.